hallo ihr werdet euch jetzt? warum macht ihr wieder ein video? deswegen was ist das? ich flippe aus ok guys erfüllen wir es jetzt hey, es tut teilweise noch zu ach, noch eine andere alter Wende das kann ja nur die Mama gewesen sein alter jetzt kommen wir doof vor ach, Papier braucht man oh my god mein Glück dann ist das auch ein Krieger ok ich will es gar nicht sehen ich muss das auf das Foto machen weil ich gerade so mega glücklich bin alter, ich muss ja gerade aussehen auf dem Video sorry Leute also erstmal ich habe zu wenig Klamotten eingepackt und eine Hose, die ich eingepackt habe, die sitzt scheiße hier und die ziehe ich auch gar nicht mehr an deswegen habe ich nur zwei lange Hosen jetzt habe ich vier egal und ich wollte immer die Tiro zu haben weil das meine geile Arsch vor ist ja, ich habe mich vergessen einzufangen in Deutschland ja, ja, ja die Drogen also Foto machen für meinen Vlog wie hier die Drogen verankert ist das oh my god oh my god MAUER Miracle oh, da fallen die Nudeln raus ähm, für die, die als Wahrscheinlichkeit nicht wissen, ähm, ich liebe Miracoli ich könnte Miracoli von morgens bis abends essen ich find das saugeil also noch Miracoli bin ich auch, vier bis fünf Personen ist einfach das beste Essen oh Gott, ich muss was machen, jetzt kann ich oh Gott, ich liebe euch das war's dann jetzt mit Asni oh mein Gott ich bin gerade wirklich so menschen weg, glaube ich weil warum denn das gehört wird jetzt frage ich mich und meine ganze Familie was abgeben soll davon da fehlt ein, oh nein, doch nicht das sind vier Hatter, guck mal also ja, ja, die kleinen Kinder meiner wenn ich so ein paar Schokolade habe, bist du glücklich? also, ähm, ja, ich weiß ja von wem das ist also ganz, ganz liebes Dankeschön an Mama, Papa, Benni, Kitty und natürlich Oma und Oma Angela ja, ihr habt mir ne riesen Freude gemacht ich hab so lange drauf gefahren die haben mir gesagt, ne, 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 ein Paket geschickt und dann gewartet und gewartet und gewartet und gewartet ich stand wie so ne Bekloppte am Fenster als ich den Postwagen geblieben hab und ich bin vor allem rumschreiten geblieben und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott aber der kam zu uns wieder bei den Nachbarn und dann am nächsten Mal bei den anderen Nachbarn und dann gegenüber bei den Nachbarn und alle haben so Pakete bekommen und jetzt gerade kam ich runter, um meiner Gastmutter zu sagen, dass sie ja alles geklärt hat damit und ich hab wieder Probleme mit dem Führerscheide eben bei erwähnt und, ähm, das ist ja auch so, da ist ein Paket für dich gekommen Great! 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 Ich geb denen zwei Tafeln, ne? und dann sind sie so stein mit dir das ist alles okay merke mich nicht ab Ah! Ach! Ja, ähm, Wetter ist auch super geeignet ich kann Pfeffischokolade essen, wie ihr seht Juhu! Es ist Sommer! Oh Gott, ich bin so glücklich, ne? Alter! Ne! Okay, warte! Beim Essen müsst ihr mir jetzt nicht zuschauen, aber ich werde definitiv jetzt was auch noch machen Achso, wahrscheinlich hat jemand verwundert, warum ich mich mit den Troen fischchen lass Aber, ähm, ich erzähl das jetzt noch Ich trinke keinen Kaffee Ich mag keinen Kaffee Mhh Und Kohle haben wir nicht im Haus Also, ja, das ist eine richtig gesunde Familie hier Deswegen, ähm, ich brauch manchmal morgens eben was zum Wachwerden und ich trinke dann Tee Tee macht mich müde aber Zitrone-Tee hält mich weg und deswegen... 曲 convers golden und warm trinken Also... Perfect! Und M하면 leuchtig aus, äh Ich bräuchterielح Humans Ich brauch halt echt nichts zum Diner essen Ich f COVID Abgefuckt drauf Ist das geil! Okay, also Mama, Papa, Omas, Oma und Oma, ihr habt eine riesig große Spreide gemacht. Ich bin mega glücklich gerade. Und ich werde jetzt zwar gleich von meinen Kollegen abgeholt, aber vorher gebe ich mir auch Schokolade und Mauern. Yes, ich werde nicht wieder fressen, weil ich freue mich so. Ich habe mir hier Schokolade gekauft. Eigentlich wollte ich sie nach Deutschland schicken. Das war mit so einem Bild und so, aber da sich das Thema eh erledigt hatte, wem ich das schicken wollte, hab ich einfach alleine gegessen. Das ist unser zweites. Ich habe Schokolade nie mehr geschmeckt. Also du frisst das Zeug und dann kriegst du auf die, kriegst das schön drauf. Und dann hat das nicht mal geschmeckt, weil ich normalerweise esse das ja und ich sitze ja, das war's jetzt wie nächstes Jahr. Das war mir so, äh, diese Folge toll. Okay, also, wie gesagt, ich muss noch leider los. Ich habe Schokolade! Und, ähm, danke, 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 danke. Bye! Wir sehen uns am Wochenende zum Schreiben. Morgen übermorgen. Bye! Bye!